Nikolaus Gysis oder Nikolaus Gysis war ein griechischer Genre und Monumentalmaler. Leben, Schuljahre, Gysis wurde als Sohn eines Zimmermannes Onnaufrius und seiner Ehefrau Margarita, Geb, Psalty, geboren. Ab 1850 besuchte er die Volksschule von Karamanos in der Athenastraße mit besonderer Vorliebe für Zeichenstunden. Nach der Überredung des Vaters durch Mutter und Nachbarschaft besuchte er das Polytechnion vier Jahre lang. Ohne jedoch wegen seines jugendlichen Alters offiziell eingeschrieben zu sein. Mit zwölf Jahren kam er 1854 an das Polytechnikum als eingeschriebener Schüler. Seine Lehrer waren U. A. Philippus und Georgius Margaritis, Triantafilau und Ludwig Thier. Am 21. Mai 1865 erhält Gysis vom Evangelistrierkloster in Tinus ein Stipendium. Auf den Rat Nikippus Leitres, eines Malerkollegen, der bei Karl von Piloti in München studiert hatte, beschloss Gysis ebenfalls dorthin zu wechseln. Akademiezeit München war zu dieser Zeit neben Paris aufgrund des hervorragenden Rufs seiner Akademie der Bildenden Künste München im Allgemeinen. Und Lehrern wie Piloti im Besonderen, die bedeutendste und wichtigste Kunstschmiede Europas. Viele junge griechische Kunststudenten, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in München eintrafen, wurden durch die Kulturpolitik Ludwissi in der bayerischen Metropole sehr gefördert. Unter den Griechen, die an der Münchner Akademie studierten, war Nikolaus Gysis einer der bedeutendsten. Am 1. Juni 1865 begann die Reise nach München über Tinus, Syrah, Triest, Fien und Salzburg. Im Oktober desselben Jahres erfolgte seine Aufnahme an der Akademie in die antiken Klasse von Hermann Anschütz. Ebenfalls 1865 fertigte sein Studienfreund Max Fürst ein Ölgemälde von Nikolaus Gysis an. Nach vorbereitendem Unterricht bei Anschütz und Alexander Wagner nahm ihn Piloti 1868 in sein Meisteratelier, auf das er bis 28. März 1871 besuchte. Reise 1869 kam Gustav Courbet nach München, um bei der I. Internationalen Kunstausstellung teilzunehmen. Es war damals nicht nur für Leibel und seinen Kreis eine Bestätigung und Offenbarung. Auch Gysis und andere Münchner Künstler bekamen von Courbetts Werk wichtige. 1872 ging Gysis nach Athen, wo er von seinen Landsleuten schon als bekannter Künstler gefeiert wurde. Und bereiste 1873 mit Niki Porus Leitres Kleinasien, kehrte aber im folgenden Jahr nach München zurück. Seine Heimat besuchte er noch zweimal, blieb aber sein Leben lang in München, wo er ab 1882 bis zu seinem Tod an der Akademie unterrichtete. Seit seinem Aufenthalt in München war Nikolaus Gysis mit Franz von Defrega befreundet, mit dem er in den 1870er Jahren auch Reisen unternahm. Von Juli bis Ende September 1874 mietete Gysis zusammen mit Leitres das Atelier von Gabriel Max und wohnte in der Bayerstraße 49-3. 1878 erhielt er als einziger Grieche auf der Pariser Weltausstellung eine Medaille dritter Klasse, und zwar für das Bild. Am 16. Oktober wurde ihm der Titel des Professors verliehen und er durfte an der Akademie der Bildenden Künste in München unterrichten. Am 1. Juni 1888 erfolgte die Ernennung zum ordentlichen Akademie-Professor. Letzte Jahre im Jahr 1900 wurde ihm ein sechsmonatiger Urlaub wegen Krankheit gewährt. In seiner Abwesenheit wurde er durch einen seiner Schüler unter der Aufsicht von Professor Ludwig von Löffs vertreten. Nikolaus Gysis starb am 4. Januar 1901 in seiner Wohnung in der Münchner Luisenstraße 50 an den Folgen einer Leukämie-Erkrankung. Beerdigt wurde er auf dem Münchner Nordfriedhof. Familie 1877 heiratete Gysis Artemis Nasus, der er in Athen begegnete. Mit ihr hatte er fünf Kinder, vier Töchter und einen Sohn. Die Ereignisse seines Familienlebens waren 1878 am 7. Juni Geburt des ersten Kindes Penelope. Sie starb am 19. Juni 1879 Geburt der Tochter Margarita Penelope 1881 Geburt der Tochter Margarita Ende September Tod der Mutter 1882 Anfang März Tod des Vaters 1884 Geburt des Sohnes Onaufrios Telemach 1890 Geburt der Tochter Iphigenia 1900 im früher Tod seiner Schwester Marigot Stil Gysis war einer der wenigen Schüler pilotisch, die den Wert der Zeichnung in einer eigenen Form zu schätzen verstanden. Seine Kompositionsentwürfe und die dazugehörigen Studien wurden schon zu seinen Lebzeiten bewundert. Wesentliche Stilmerkmale pilotisch behielt Gysis auch in späteren Arbeiten bei etwa die konsequente und präzise Durcharbeitung der Zeichnung. Die konsequente Nutzung des Bildraums für die Entwicklung des Szenischen bei oft recht bühnenhafter Ausleuchtung. Er befasste sich mit Jorrelmalerei, Landschaftsstudien, Stillleben, Porträts, Diplomen, Plakaten sowie mit mythologischen, historischen, allegorischen und religiösen Themen. Auch eine Buchillustration, Karikaturen und selbst eine Reihe von Tonstatuetten und Reliefs gehören zu seinem Werk. Nikolaus Gysis, der bereits zu Lebzeiten international als einer der bedeutenden Jorrelmaler der Münchner Schule gefeiert wurde, lebte wie viele andere erfolgreiche Münchner Kollegen auch nicht zuletzt von Bestellungen ausländischer Käufer. Dementsprechend war ein Gutteil seiner Produktion für Export bestimmt. Er hatte Abnehmer in England, den USA und in seiner Heimat Griechenland. Werke Sein berühmtestes Bild stellt eine der sogenannten geheimen Schulen dar. Das Bild, das in Griechenland jedes Schulkind kennt, zeigt eine Gruppe von griechischen Schülern, die im Geheimen unterrichtet werden. Dass die Türken während der Besetzung Griechenlands den Unterricht in griechischer Sprache verboten haben und das Griechentum nur dank geheimem Unterricht in den Klöstern überlebt hat, wird von türkischer Seite bestritten und als Legende bezeichnet. Tatsächlich waren aber die Klöster wichtige Vermittler der griechischen Tradition, die naturgemäß von den Besetzern nicht gefördert wurde. Im Juni 2006 wurde sein Gemälde Bauernhof in Brixleck, Tirol, vom Bremer Auktionshaus Bolland und M. Marotz mit einem Schätzpreis von 27.000 Euro angeboten. Es wurde als eines seiner Hauptwerke eingestuft und zeigt wahrscheinlich den Ort, wo er häufig seinen Urlaub verbrachte. Schüler von Güses an der Akademie waren Ua Maximilian Wachsmuth, Georgius Jakob Heides, Ernst Oppler, Walter Thor